magmatik generator so zerstoße genau da brauche ich aber wieder so was zerstoße so wie weit seid ihr waschallah so muss das sein red dem ist dem ist übel also der kurz gerade der dem ist auch übel das sind bauer ok der will ja perfekt ja ist ja gut kommen auf die welt und labern scheiß dreck so die mache ich jetzt hier rein und den mache ich hier rein der ist absolut ein drecksack doch der verarscht mich richtig der will für 16.384 emc will der was wohnert ok mal gucken ob er noch andere angebote alter das ist absolut verschmutzung verschmutzung unnötig dieser dorfbewohner das sind noch mal zwei das sind noch mal zwei und da gehe ich auch hin noch mal zwei ja ich glaube ich weiß worauf das hinausläuft dass wir vom creeper fast in die luft gesprengt werden ich weiß halt nicht ob diese berufe von diesen dorfbewohnern feststehen vom aussehen her oder ob die zufall sind jetzt mache ich die wieder zu zweit da rein schmeißen trank dahin und dann wieder ach hör doch auf immer die äpfel zu essen man das problem ist wir spielen ja gar nicht auf schwer das heißt das risiko dass die infiziert werden ist gleich 0 also fast noch mal zwei aber ich glaube das reicht erst mal weil wie gesagt keine ahnung ob die da ich probiere es einfach mal aus wenn einer krepiert weiß ich es jetzt brauche ich wieder im zaun er weißt du kannst du kannst raus weil du bist du bist blöd du bist einfach bescheuert ich stelle dich hierhin dass du angst kriegst weil dann rennst du ja gleich weg schiebst mein hund einfach weg so der hier kriegt zwar jetzt schiss ohne ende aber keine sorge du bist ja ein ehrenbauer gefällt dir was du siehst mir gefällt auf jeden fall was ich sehe alter vor allem weizen das sehe ich mich das sehe ich mich richtig so und du du hast gesündigt du hast absolut ausgesündigt jetzt geht es aber ab da hinten sind noch zwei wisst du was ich glaube ich ich lauf dahin fang die aber ich schmeiße noch keinen trank drauf weil erstens habe ich glaube ich keinen mehr aber es ist jetzt nur noch ein als es nur noch einer jetzt ist gar keiner mehr danke für nichts junge aber doch aber nur noch einer der andere ist weg das ist jetzt blöd ja dann dann habe ich halt nur ein aber das ist ja okay wir können wir könnten es riskieren oder ist noch eine wir könnten es riskieren dass die dort bewohner den alter wir könnten es riskieren dass die zombies den dort bewohner mit diesem schraubenschlüssel da infizieren aber das ist halt eine ziemlich geringe chance dass der dann auch infiziert wird und nicht stirbt alter ist schon wieder einer was ist denn los jetzt das ist ein baby skelett aber das kriegt jetzt mit dem pfeil und bogen eins auf die fresse da ist noch eins drin irgendwo so und wo war der creeper der war doch hier irgendwo zwei auf einen streich klappt es oder klappt es nicht natürlich hat es geklappt ja wieder ein baby und da war's baby jetzt wird es aber ekelhaft mag ich euch so ich muss jetzt irgendwie auf jeden fall an weizen kommen ich könnte das tatsächlich anbauen das wäre mal eine idee ich glaube nämlich ich habe noch gar keins aber was ich natürlich auch machen könnte wäre einfach mir so ein provisorisches feld machen ja ich habe gehört dass du da bist ich weiß nicht ob ich weizen habe ich glaube es nämlich nicht ach du scheiße was denn das hier für einer schon wieder so einer ja ach herrje so pass mal auf jetzt junge jetzt jetzt reicht's mir aber du kommst jetzt mit weil du hast nur scheiß angebote dich stecke ich jetzt da rein was ist mit dem ach der splash potion of lagging das wäre natürlich ein deal aber der hier der kann man denn irgendwie nicht profession irgendwie villager villager irgendwas trade exchanger ich weiß ja nicht was der wenn ich den jetzt da rein schmeißt dann war es umsonst ich probiere es einfach mal aus ist zwar total teuer das ding aber das ist es mir tatsächlich wert weil wir dadurch vorteile haben ohne ende so muss ich da jetzt hier so ein ding reinstecken oder auch das teil strom ja denke ich mir auch manchmal hunde geht mal weg da muss neues maschinchen hin er braucht natürlich ok also hä was habe ich denn jetzt gemacht wenn ich dem jetzt strom gebe und es ist nicht das was ich denke dann dann gibt es aber aufs maul ne dann gibt es richtig aufs maul sonst muss ich erstmal mein kabel finden was ich hier irgendwo in der truhe reingeschmissen habe ja wartet mal kurz ich bin gleich da was passiert denn hier jetzt gerade wenn wenn provided with power and a mob im präsident to bevillager net it will give you access to automatically trade with aber aber ist es jetzt nicht das was ich denke dass ich mit dieser maschine einfach raiden kann ich hoffe es nicht weil dann habe ich da jetzt echt bullshit gebaut sage ich ganz ehrlich aber das werden wir jetzt gleich sehen aber das werden wir jetzt gleich sehen so jetzt ist das ding voll und ich kann hier nichts machen kann ich die nicht ich wer will jetzt dass ich hier ähm ja toll dann war das absolut für den arsch ja dann tut es mir leid dann muss ich euch da reinstecken weil ich weiß dass dem gerade richtig der stift geht und der richtige angst hat aber die zombies sind ja sowieso auf mich fokussiert aber die zombies wollen mich tut mir leid dorfbewohner aber das muss ich machen muss ich halt wieder weg laufen ne ja hat nicht funktioniert was ich machen wollte hauptsache ich habe so einen schraubenschlüssel den man eigentlich total billig craften kann ja vielleicht brauche ich den doch irgendwann man weiß es ja nie hauptsache diesen trade exchanger gebaut den ich eigentlich überhaupt nicht brauche jetzt aber naja dann habe ich jetzt halt auch mal was verschenkt vielleicht kommt es irgendwie im sinne von karma wieder auf mich zurück aber ich brauche jetzt wieder ein paar tränke das heißt ich ja genau ich brauche jetzt drei flaschen wasserflaschen wasserflaschen natürlich ey du bist ne flasche so ich hoffe dass die mich nicht angreifen weil sonst greifen die hunde die an halt was mach ich denn hier gerade so die flasche hat auch einen emc das heißt ich ach du scheiße 15.000 flaschen wird vielleicht nicht so geil ein bisschen mit eisen abhelfen 64 flaschen ist perfekt wasserflaschen wasserflaschen haben glaube ich keine emc oder ne müssten sie aber eine von zwei weil ja wasser drin ist so drei flaschen jetzt kommt mit Spinnenauge und Pilze hab ich denn Sporesrecreator wenn provided with power one bucket of water and a mushroom of any kind will grow them internally ok er braucht aber wasser und das habe ich noch nicht unbegrenzt das war übrigens eine Spoiler Aussage gerade aber ich mach einfach mal wie ich denke goldene Äpfel brauche ich jetzt noch zwei stück ich hoffe dass ich die nicht aus Versehen esse aber dazu schmeiß ich Tschüss.